hey leute ziemlich ja hier und so und heute spielen weiter wegberg es ist immer noch freitag der 13. mal gucken was schiefläuft ja hier brennt alles da müsste einfach mal alles brennen und alle sterben und tot und vernichtet so ungefähr müsste das dann aussehen aber wer glaubt da schon dran wer glaubt da schon dran wer glaubt da nicht weiter auf dem einsatz es kommt da keiner rein ich weiß immer noch nicht was ich erzählen soll feuer 3 alter alter wie doch der feuerlager da geht auch die sirene werde ich mit dir ja so das so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf dem Weg Wer unterwegs Auf dem Weg So, drei haben wir hier Oder? Haben wir hier schon zwei drin? Nein, eine Ich denke jetzt aber zwei ein, ne? Dann haben wir den hier schon mal voll Der LW kann fahren Der LW kann auf dem Weg Der LW kann auf dem Weg Der LW kann auf dem Weg So, dann warten wir noch auf die letzten Die LW kann auf dem Weg Die LW kann auf dem Weg So, dann So, hier einer rein Hier noch einer Dann hier noch einer Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Der LW kann auf dem Weg So, dann Der LW kann auf dem Weg Die LW kann auf dem Weg So, dann Und der LW kann auf dem Weg So Roster da da geht ordentlich was so, kann der wechseln So, dann warten wir mal. So, mal gucken wir doch mal. Ist das ein Fan? Keine Ahnung. Oh ne, das Bauernhofgebäude brennt. Oh ne, oh ne. Oh ne, der Bauernhof brennt, oh ne. Rettet die Kühe. Ja, ich rette dich, Betty. Der Vorteil ist, da kann eigentlich nichts Feuer fangen aus dem Gebäude. Eigentlich, ich sag ja eigentlich. Hier sind ein bisschen zu viele Schmetterlinge auf der Map verteilt. Zumindest hier, also. Fangen, 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 hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. In der Theorie kommt die Feuerwehr von hier unten. Aber nur in der Theorie, klar. Und hier unten ist, ach. Schandier, das ist ein Schandier. Naja. 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 40 kann er fahren, ne. Das ist, das ist jetzt nicht so schnell. Hier, 100 darf man hier fahren. Einzweck GRTW 1 hört. GRTW. Ja, komm, wir haben auf den Standort. Ja, wer ist da? Ich hab hier stehen. Ich hab hier stehen. Der kommt doch von hier oben. Ja gut, dann kannst du mal hier rumfahren. Und... Ja, verstanden. Schon unterwegs. Klingt dir eben die Kurve? Wusste ich's doch. Der hat schwer aufgehört zu warm blinken. Jetzt nicht. Gut, du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin. Also, das beleuchtet auch so ein bisschen laut. Wobei, das ist eigentlich ganz cool. Hier ist Nebel. Jetzt ist es ja feucht im Wald. Vielleicht hat's ja erst geregnet. Wer weiß. Nee, ich sag jetzt nicht. Du kommst an dem Pulli-Wagen hier nicht vorbei. Alter. Junge. Wir haben jetzt hier sau wenige Tranten, man. Okay, dann wird's wohl so sein. Okay. So, ich weiß schon, wie ich das mach. Verstanden. Ich hatte immer noch nen Sprechwunsch. Wegbeck, Nef 1 von Leischwitz und Landsberg. Das... Ich will den ELW 1, nicht den NEF. Rettung, Wegbeck, Nef 1 von Leischwitz. Rettung! Wegbeck, NL 1 von Leischwitz. Ja, verstanden. Was wir machen, ist jetzt nämlich ganz schlau. Wir pumpen uns das, was jetzt hohe. Ja, na danke. So, erste Lagemeldung, Feuer. Wir brauchen weitere Kräfte. Brenntscheune. Gibt's Brenntscheune? Wenn, dann ansonsten wir brennt Haus. Brenntscheune. Erste Lagemeldung, Einsatz Scheunenbrand. Brennt vorderer Teil der Scheune. Feuer droht sich auf weiteren Scheunenteils auszubereiten. Mehrere Trupps unterbär zur Brandbekämpfung. Weitere Rückmeldung vollkommen. Sag verstanden, Alter. Hier, Leitstelle Katanzberg, verstanden. Danke. So, jetzt brauchen wir einmal die Polizei. Die muss die Scheiße hier nämlich absperren. Ja, wir benötigen einmal Heino zur Einsatzstelle. Ist der Falsche? Ist der irgendwie dumm? Ach, der kann das wieder mal nicht. Ah. Tut mir leid. Dummes Spiel. Verstanden. Dummes Spiel. Da wird natürlich über die, äh, über den Funk alarmiert. Äh, über die Sirene. Aber ich find's sehr cool, die Sirene. Hast du? Oder wird Heino vielleicht auch nicht über die Sirene alarmiert? Mal gucken, ob der Schlauch... Bitte? Sweet, aber du kommst jetzt leider nicht durch bis hier. Oh Gott, das ist wieder gut jetzt. Hast du Verteiler? Schlauch reicht nicht. Ich brauche eine Schlafverlängerung. Ah, es ist laut, alter. Unmöglich. Jetzt brennt es dahinter. Ich hoffe, ich kann es auch löschen, oder sonst... Ja, scheiße, wenn nicht... Ich hoffe, ich kann es nicht mehr sehen. Ich hoffe, ich kann es auch löschen. Ja, die Schleiche soll nicht bestimmt so gebogen werden. E3 kann eigentlich schon wieder abziehen, ne? Aber da fahren sie raus, ja, what the fuck? Wie unlogisch. Naja, sonst machen wir es jetzt ein bisschen beliebt. Also bis hierhin kann ich legen, weil wenn ich dann nämlich hier in den Verteiler einschließe. Das ist... Halt, habe ich überhaupt schon... Ja, habe ich, okay. Aber weitere Lagemeldungen kann ich mal geben. Ich glaube, ich mache es jetzt so, dass ich immer einen Einsatz mache und dann, äh, Folgenende. Wenn der halt kurz ist, dann vielleicht mal zwei. Das ist gar nicht mehr so dumm. 100 Prozent, ja. Sicher. Ja, konnte ich nicht aufnehmen, aber wiederholen. Hör doch zu, wenn ich was sag. Hör doch zu, wenn ich was sag. Ernsthaft. Lagemeldung. Feuer unter Gewalt. Mehrere Worte. Lagemeldung. Mehrere Ruhe vorgenommen. Feuer unter Kontrolle. Weitere Rückmeldung. Vollkunde. Einsatzstelle. Komm. Ja, verstanden. Der tut mir so, der hat es gar nicht verstanden. Die Kühe juckt es auch gar nicht. Oder war was? Da war was. Ich habe da was gesehen. Was ist hin? Waldfeucht 21, LF 16cf, ist auszuüben mit der Jugendfeuerwehr. Die Leitstelle Karlsruhe, verstanden. Auf dem Weg. Das Holste tun hat sich so schnell lösen lassen und das jetzt kommt, lässt sich gar noch mal löschen. Ja, wir können es bald schon wieder abbauen, dass wir dann nicht mehr viel zu tun haben. Mein Gott, Kinder. Die Bullen haben es auch nicht mal geschafft. Auf dem Weg. Wird gemacht. Auf dem Weg. Wird gemacht. Auf dem Weg. Mal schön am Straßenrand aufstellen, dass ihr da weiß. Hier ist es los. Vielleicht steht ihr einfach nicht so zum Spaß da. So, und dann werden die Fahrzeuge nämlich aufgehalten. So, dass ich hier die Feuerwehrenrohr entwerkeln kann. So, und dann werden die Feuerwehrenrohr entwerkeln. Die Feuerwehrenrohr wird morgen den Knoblwissern also... Am 20, er, am 24.03. Ui, oi, mir fällt gerade auf, letzten, letzten Monat am 30, war auch der 13.02. der Freitag der 13. Luft gibt es in den BDM Loll Illuminati in den Spaß 5 Jahr wird dann wahrscheinlich schon hochgeladen sein also falls ihr so reinschaut könnt ihr hier ich weiß gar nicht welche Partys ist Loll wenn sie es heute noch gelöscht kriegen finde ich das sehr sehr gut jetzt wird er den Geil zu strahlen Eieieiei ob sie es heute noch gelöscht kriegen ich war zu zwölfen oder sind schon der fluss ist mir noch gar nicht aufgefallen ist mir noch gar nie aufgefallen hier vernehmen die autos lang dass du die tote gegend weg bergst oh mein gott wir haben es geschafft so ich gehe mal davon aus also ich weiß es nicht aber ich gehe mal davon aus dass das war länger geworden ist als wie ich dachte Rettung Erkeland, KTV 1, Eindrußbreit, Abkanon, Wegberg. Wen unterwegs? Gleichstell 1, der Erkunft. Auf dem Weg. So, Herrn Wegberg, LW 1, 1, von Leitschallbegleiter in Sberg. So. Abschließende Lagemeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Eindrußsteller an den Eingriff übergeben, alle eingesetzten Kräfte rücken rein. Schon unterwegs. Hä? Ein Schöne Kreuzeratwerk, verstanden. Ja, dann schließt du mal da an. Achso. Schon unterwegs. Zieht wie schnell man sowas vergisst. Auf dem Weg. Ganz richtig, wenn wir ausschalten. Ah, nee, du kommst. Ach, Kacke. Der Maschinist muss aussteigen. Achso, ich muss erstmal Funkstatus überprüfen. Jetzt. So, Junge, muss ich so ein fucking Schlauch nur zurücklegen. Auf den Weg. Wir sind dir gar nicht verlangt. Auf den Weg. Nein, die Kuh läuft weg. Nein. Sie müssen da drin sitzen. So, der macht hier gerade noch einen Auf-Zumacher. Besser Zumacher als Anmacher, das ist richtig. Wird umgehend durchgeführt, habe verstanden. Auf den Weg. Bin unterwegs. Auf den Weg. Sind die Kühe übel groß oder die Menschen einfach nur sauklein? Wörm Waffenberg 11 LF 20 von Leitstädte Kassans. Willkommen. Ah, je, je, je. Auf den Weg. Besserlage, brennt Fernseher. Trupp unter PA mit F1. Auf den Weg. Auf den Weg. Wörm Waffe. Auf den Weg. Bin unterwegs. Besser. 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 Besser, Besser. so dann gehen wir heim und dann war es das auch ähm ja das mit einem neuen Intro erwähne ich jetzt in den Videos ähm ich es ist so ich habe es in einem anderen Video gesagt das wird wahrscheinlich auch noch hochgeladen ansonsten mache ich halt eine Infovideo drüber wieso und warum aber es wird eigentlich hochgeladen ja ich hoffe auf jeden Fall mich hat dieser Part gefallen hinterlassen mir doch eine Bewertung äh Bewertung da lassen, Kommi da lassen, Like, äh Bewertung ist ein Like, oh Gott oder ein Dislike, ja ich würde mich lieber über einen Like freuen, ich sage klar und dann Kommi und Feedback, also auf jeden Fall Feedback in dem Kommi ich habe heute hier so eine Scheiße, oh ist das witzig ich, ich, äh, eh, nee ich gehe, ich gehe mich jetzt äh, leck mich leck mich selbst, Flo egal, auf jeden Fall ich hoffe es hat euch gefallen ich würde euch hier immer über Feedback freuen und dann würde ich meinen hau 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 da nahe bis zum nächsten Mal ja, seh mich ja, es ist dann vorbei, wenn jetzt hat hau da nahe, bis zum nächsten Mal ja, seh mich ja bis zum nächsten Mal